Es macht doch überhaupt keinen Sinn, was soll ich denn machen? Soll ich zu Raquel gehen? Ja, ich hab dich angeschwärts. Und wie ich bin, sei bitte nicht sauer. Es soll zumindest sein, wenn ich mich zurückziehe. Es soll mir zeigen, dass ein bisschen was von der Liebe dabei ja in die Strecke nicht verliebt hat. Bitte rede mit Raquel. Was war es denn? Was war denn denn? Sobald er oder sie da ist, führen sie ihn oder sie direkt in meine Wohnung. Jetzt landen wir. Sobald du das Kumpel, ich will dir hier mit einem Mann schicken. Ja, oder? Sollte es eine Frau sein? Ja. Wunderbar, ich danke Ihnen. Ja, es ist ein Er. Ich fühle mich wieder rein. Ups, Entschuldigung. Herr Reis! Herr Öztürk, wir waren doch nun übereingekommen, ja? Dass Sie hier bei uns in der Turm erst mal nicht... Herr Macher! Sie sind? Richtig. Der neue Prüfung ist hier. Du bist so falsch und verloren. Ich kann dir das erklären. Du bist mutiert. Was bin ich? Mutiert. Zu einer vielen, gemeinen... Alles was zählt. Morgen 19.05. Achtung bei GTS-Train mit Gatsubi-Kleber-Spiking-Lax. Für krassen Halt und Spiken-Style. Gatsubi-Kleber von Schwachkauf. Ist das von mir? Ja, aber das haben wir nur so geschrieben. Das ist alles für China, Schöne. Bist du? Oh Mann, das ist eine gute Nachricht. Ja, okay. Galt. Bist du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020